Hast du Hunger? Fragte er. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Ja, ein bisschen. Er ging in die Küche und holte Aufschnitt aus dem Kühlschrank. Ich setzte mich an den Tisch, während er zwei Sandwiches mit Schinken und Käse schmierte. Auf meins gab er extra viel Senf, weil er wusste, dass ich es so gern mochte und ich hätte fast wieder zu heulen begonnen. Wir aßen in angespannter Stille. Nachdem er aufgeräumt hatte, erhob ich mich. Damon, ich noch nicht. Unterbrach er mich. Er trocknete sich die Hände ab und verließ die Küche, ohne weiter auf mich einzugehen. Ich atmete tief durch und trottete hinterher. Als er die Treppe hinaufging, begann mein Puls zu rasen. Warum gehen wir nach oben? Die Hand auf dem Mahagoni-roten Geländer sah mich Damon über die Schulter hinweg an. Warum nicht? Ich weiß nicht, es scheint nur... Er ging weiter hinauf und ließ mir keine Wahl. Zuerst kamen wir an dies Zimmer vorbei, das aussah, als hätte sich dort ein Erdbeer-Shake erbrochen. Die Tür zu einem weiteren Zimmer war geschlossen. Ich ging davon aus, dass es sich um Dorsons handelte. Wahrscheinlich hatten sie es nicht angerührt, seit er verschwunden war. Bis meine Mutter und ich angefangen hatten, die Dinge meines Vaters wegzuräumen, waren Monate vergangen. Wo ist die jetzt? Erkundigte ich mich. Bei Ash und Andrew. Ich glaube, es hilft dir im Moment, bei ihnen zu sein. Ich nickte. Wie gern hätte ich die Zeit zurückgedreht und mehr Fragen gestellt. Stattdessen war ich so unglaublich dumm gewesen. Damon öffnete die dritte Tür und mein Herz machte einen Sprung. Er trat zur Seite und ließ mir den Vortritt. Dein Zimmer? Ja, der beste Ort im ganzen Haus. Der Raum war groß und überraschend ordentlich. An den Wänden, die tiefblau gestrichen waren, hingen Poster diverser Bands. Alle Jalousien waren hinuntergelassen und die Vorhänge zugezogen. Mit einer kurzen Handbewegung schaltete er die Nachttischlampe ein. Ich sah zahlreiche teure elektronische Geräte, einen Flachbildfernseher, eine Stereoanlage, ein MacBook, das mich sofort eifersüchtig werden ließ, und sogar einen iMac. Mein Blick fiel auf sein Bett. Es war riesig. Und die blaue Decke sah weich und einladend aus. Viel Platz, um darauf herumzurollen oder einfach, um zu schlafen. Kein Vergleich zu meinem kleinen Mädchenbett. Ich zwang mich, den Blick von dem Bett abzuwenden und ging zu dem MacBook. Schicker Computer. Schicker Computer. Stimmt. Damon zog seine Schuhe aus. Das Atmen fiel mir schwer. Damon. Der Federkern der Matratze knarrte unter seinem Gewicht, während ich mit den Fingern über den Deckel des MacBooks strich. Mir tut das alles so leid. Ich hätte ihm nicht vertrauen dürfen. Ich hätte auf dich hören sollen. Ich wollte nicht, dass jemand verletzt wird. Adam ist nicht verletzt worden. Er ist tot, Kat. Mit einem Kloß im Hals drehte ich mich zu ihm um. Seine Augen glänzten. Wenn ich könnte, würde ich alles rückgängig machen. Damon schüttelte den Kopf und sah auf seine Hände hinunter. Er ballte sie zu Fäusten. Ich weiß, dass wir nicht immer gut miteinander auskommen und dass dir die ganze Sache mit der Verbindung zwischen uns Angst eingejagt hat. Aber du wusstest immer, dass du mir vertrauen kannst. In dem Moment, als du geahnt hast, dass Blake etwas mit dem VM zu tun haben könnte, hättest du zu mir kommen müssen. Seine Stimme klang hilflos. Ich hätte es verhindern können. Ich vertraue dir doch. Mein Leben würde ich dir anvertrauen, sagte ich und näherte mich ihm. Aber als mir der Verdacht kam, dass er mit denen etwas zu tun hat, wollte ich dich nicht mit hineinziehen. Blake wusste und vermutete ohnehin schon zu viel. Er schüttelte den Kopf, als hätte er mich nicht gehört. Ich hätte mehr tun müssen. Spätestens nachdem er das verdammte Messer auf dich geworfen hat, hätte ich einschreiten müssen, anstatt einen Rückzieher zu machen. Aber ich war so wahnsinnig wütend. Tränen schossen mir in die Augen. Wie konnte ich noch immer weinen? Glaubte ich etwa, es würde dadurch besser? Auf seinem Schreibtisch hinter mir raschelte Papier. Ich wollte dich beschützen. Er hob die Augen, sie bohrten sich förmlich in mich hinein. Du wolltest, dass ich in Sicherheit war? Ja. Ich schluckte an dem Kloß in meinem Hals vorbei. Nicht, dass es am Ende geklappt hätte. Aber als ich herausfand, dass Blake und Vaughn verwandt sind, war mein einziger Gedanke, dass er mich benutzt hatte und dass ich es zugelassen hatte. Er wusste, wie nah wir uns standen. Niemals hätte ich damit leben können, wenn sie dir angetan hätten, was sie Dawson angetan haben. Er schloss die Augen und wandte den Kopf ab. Ab wann warst du dir sicher, dass Blake für das VM arbeitet? Es war erst das zweite Mal, dass ich Damon seinen richtigen Namen sagen hörte. So ernst war es. An Silvester. Freitag also. Blake ist in mein Zimmer gekommen, während ich schlief, und ich habe Simons Uhr in seinem Wagen entdeckt. Er hat behauptet, dass VM habe Simon, aber er sei noch am Leben. Allerdings war Blut an seiner Uhr. Damon fluchte und hackte nach. Während du schläfst, hat er das öfter gemacht? Ich schüttelte den Kopf. Nicht, dass ich wüsste. Du hättest dich nie um mich sorgen dürfen. Er stand auf und fuhr sich mit beiden Händen durchs Haar. Du weißt, dass ich auf mich selbst aufpassen kann. Du weißt, dass ich allein klarkomme. Ich weiß, antwortete ich, aber ich wollte dich nicht wissentlich einer Gefahr aussetzen. Dafür bedeutest du mir zu viel. Sein Kopf fuhr zu mir herum und er sah mich forschend an. Und was soll das heißen? Ich, ich schüttelte den Kopf. Das spielt jetzt keine Rolle. Natürlich tut es das, donnerte er. Du hättest fast meine Familie ausgelöscht, Kat. Wir beide wären fast draufgegangen und noch ist die Gefahr nicht vorüber. Wer weiß, wie viel Zeit uns noch bleibt, bis das VM auf der Matte steht. Ich habe dieses Arschloch laufen lassen. Er läuft noch immer da draußen rum und so übel das auch klingen mag. Ich hoffe, er kriegt, was er verdient, bevor er irgendwen Bericht erstatten kann. Damon fluchte. Du hast mich angelogen. Willst du mir etwa weismachen, dass du das alles getan hast, weil ich dir etwas bedeute? Die Hitze schoss mir ins Gesicht. Warum zwang er mich dazu? Was ich für ihn empfand, war jetzt egal. Damon, antworte mir. Okay. Ich hob resignierend die Hände. Ja, du bedeutest mir etwas. Was du an Thanksgiving für mich getan hast, es hat mich... Meine Stimme versagte. Das hat mich glücklich gemacht. Du hast mich glücklich gemacht. Und du bist mir immer noch wichtig. Verstehst du? Du bedeutest mir viel. So viel, dass ich es gar nicht in Worte fassen kann, weil dagegen alles albern klingen würde. Ich habe dich immer gewollt. Selbst in den Momenten, in denen ich dich gehasst habe. Ich will dich, obwohl du mich wahnsinnig machst. Und ich weiß, dass ich alles zerstört habe. Nicht nur für dich und mich, sondern auch für die. Als ich Luft holte, entfuhr mir ein Schluchzen. Wie ein Schwall platzten die Worte aus mir heraus. So etwas habe ich noch nie für jemanden empfunden. Jedes Mal, wenn ich mit dir zusammen bin, fühle ich mich, als würde ich fallen, atemlos. Aber vor allem fühle ich mich lebendig. Und nicht so, als würde ich nur darauf warten, dass das Leben an mir vorbeizieht. So etwas ist mir noch nie passiert. Tränen schossen mir in die Augen, als ich zurücktrat. Und meine Brust schmerzte so sehr, dass es fast nicht mehr auszuhalten war. Aber das ist eh alles egal, weil ich weiß, wie sehr du mich jetzt hasst. Und das kann ich gut verstehen. Ich wünschte nur, ich könnte die Zeit zurückdrehen und alles anders machen. Ich… Plötzlich stand Damon vor mir und legte seine warmen Hände an meine Wangen. Ich habe dich nie gehasst. Ich blinzelte die Tränen fort. Aber… Und ich hasse dich auch jetzt nicht, Kat. Eindringlich sah er mich an. Ich bin wütend auf dich. Und auf mich. So wütend, dass ich es schmecken kann. Am liebsten würde ich mir Blake schnappen und ihm jedes einzelne Körperteil richten. Aber weißt du, worüber ich gestern den ganzen Tag nachgedacht habe? Und die ganze Nacht? Den einzigen Gedanken, den ich niemals los wurde, egal wie stocksauer ich auf dich war? Nein, wisperte ich, dass ich Glück habe, weil die eine Person, die mir nicht aus dem Kopf geht, die Person, die mir mehr bedeutet, als ich es ertragen kann, noch am Leben ist. Sie ist noch da. Und das bist du. Eine Träne lief mir über die Wange und die Hoffnung, die sich auf einmal in mir ausbreitete, ließ mich schwindelig werden. Ich fühlte mich, als machte ich auf einer Klippe einen Schritt über den Abgrund, ohne zu sehen, wie tief ich fallen würde. Gefährlich, aber aufregend. Und was bedeutet das? Ich weiß es nicht. Mit dem Daumen fuhr er einer Träne auf meiner Wange nach und lächelte ein wenig. Ich habe keine Ahnung, was uns morgen bevorsteht und wie es in einem Jahr aussehen wird. Mein Gott, vielleicht bringen wir uns nächste Woche wegen irgendwas Bescheuertem gegenseitig um. Möglich ist alles. Aber ich weiß, dass meine Gefühle für dich nicht plötzlich verschwinden werden. Als ich das hörte, musste ich nur noch mehr heulen. Er beugte sich vor und küßte mir die Tränen fort, bis sie alle weg waren. Dann trafen sich unsere Lippen und alles um uns herum verschwand. In diesen kostbaren Sekunden war das Zimmer, in dem wir uns befanden, vergessen. Liebend gern hätte ich mich diesem Kuss hingegeben, aber es ging nicht. Ich wich zurück und holte Tiefluft. Wie kannst du mich immer noch wollen? fragte ich. Damon presste seine Stirn gegen meine. Naja, ich könnte dich immer noch erwürgen, aber ich bin wahnsinnig. Du bist verrückt. Vielleicht ist es das. Wahnsinnig plus verrückt, gleich übergeschnappt. Das ergibt keinen Sinn. Für mich schon. Er küßte mich abermals. Vielleicht, weil du endlich zugegeben hast, dass du wahnsinnig und unumstößlich in mich verliebt bist. Ich lachte leise auf. Das habe ich garantiert nicht gesagt. Nicht Wort für Wort, aber wir wissen beide, dass es so ist. Und das ist okay. Wirklich? Ich schloss die Augen und holte Tiefluft. Zum ersten Mal seit Monaten, vielleicht seit Jahren, hatte ich das Gefühl, richtig Luft holen zu können. Dir geht es also genauso? Zur Antwort küsste er mich. Und noch ein zweites Mal. Als er schließlich den Kopf hob, lagen wir auf seinem Bett und ich in seinen Armen. Auch wenn ich mich nicht daran erinnern konnte, wie wir dort gelandet waren, so gut küsste er. Ich musste warten, bis mein Herz nicht mehr ganz so schnell schlug. Das ändert aber nichts an dem, was ich getan habe. Es ist alles meine Schuld. Damon lag neben mir auf der Seite, seine Hand ruhte auf meinem Bauch. Nein, das stimmt nicht. Wir alle sind schuld und müssen uns jetzt gemeinsam dem stellen, was uns erwartet. Mein Herz begann, wilde Tänze aufzuführen. Wir? Er nickte und begann, meine Strickjacke aufzuknöpfen. Als er an die Stelle kam, wo ich sie schief zugeknöpft hatte, lachte er leise. Wenn, dann sind es wir. Ich hob die Schultern und er half mir, die Jacke loszuwerden. Und was bedeutet wir genau? Du und ich. Damon machte sich daran, mir auch die Stiefel auszuziehen. Sonst niemand. Mein Puls raste, als ich die Socken abstreifte und mich wieder niederlegte. Das klingt irgendwie gut. Irgendwie? Seine Hand lag jetzt wieder auf meinem Bauch und bewegte sich langsam unter den Saum meines T-Shirts. Irgendwie ist nicht gut genug. Okay. Seine Finger berührten meine Haut und ich zuckte zusammen. Es klingt gut. Finde ich auch. Er senkte den Kopf und küßte mich sanft. Ich wette, du findest, es klingt wahnsinnig gut. Während des Küssens verzogen sich meine Lippen zu einem Lächeln. Stimmt. Damon gab einen kehligen Laut von sich und bedeckte meine noch immer feuchte Wange mit Küssen, die mir die Haut versenkten und ein Feuer in mir entfachten. Wir flüsterten einander zu und langsam flickten die Worte das schmerzende Loch in meiner Brust. Ihm ging es offenbar genauso. Ich erzählte ihm alles, was Blake gesagt und getan hatte und er gestand mir, wie wütend, ratlos und verletzt er jedes Mal geworden war, wenn er mich nur mit Blake zusammen gesehen hatte. Was er mir sagte, bewahrte ich in meinem Herzen. Die Angst um mich, als er den Arum und Blake am Wochenende gesehen hatte, war in jeder noch so kleinen Berührung seiner Finger zu spüren. Auch wenn die Worte bislang noch nicht gesagt worden waren, sprach aus jeder Berührung, jedem sanften Stöhnen, Liebe. Er musste sie gar nicht aussprechen, denn ich war von seiner Liebe für mich umgeben. Die Zeit stand für uns still. Die Welt und alles, wovon ich ein Teil gewesen war, existierte nur noch außerhalb der geschlossenen Schlafzimmertür. Hier drinnen aber gab es nur uns. Und zum ersten Mal war nichts mehr zwischen uns. Wir waren offen und verletzlich. Weitere Kleidungsstücke verschwanden. Sein T-Shirt, meins. Plötzlich war ein Knopf an seiner Jeans offen und an meiner auch. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr ich dich will. Seine Stimme klang rau an meinem Ohr, entblößt. Ich glaube, ich habe sogar davon geträumt. Mit den Fingerspitzen strich er mir über die Brüste, den Bauch. Verrückt, oder? Alles war verrückt. In seinen Armen zu liegen, nachdem ich davon ausgegangen war, dass er mir nie verzeihen würde. Ich hob die Hand und strich ihm über die Wangen. Daraufhin drehte er den Kopf und drückte seine Lippen in meine Handfläche. Als er sein Gesicht wieder meinem näherte, erwachte ich zu neuem Leben. Nur für ihn. Unsere Küsse wurden leidenschaftlicher und wir erkundeten uns immer weiter, verloren uns in den Bewegungen unserer Körper und konnten uns gar nicht nah genug sein. Die wenige Kleidung, die wir noch trugen, war mir lästig und ich wollte sie loswerden, war bereit für den nächsten Schritt. Und Damon ging es genauso, das fühlte ich. Wir wussten nicht, ob wir die nächste Woche oder auch nur den nächsten Tag erleben würden. Wer wusste das schon, für uns sah es allerdings wirklich nicht allzu gut aus. Es gab also nur das Hier und Jetzt und ich wollte den Moment ergreifen und erleben. Ich wollte den Moment mit Damon teilen, ich wollte alles mit ihm teilen. Seine Hände, seine Küsse brachten mich um den Verstand und als sich seine Finger abermals in Richtung Bauch und sogar noch tiefer schoben, öffnete ich die Augen und flüsterte kaum hörbar seinen Namen. Ein schwaches, rötlich- weißes Leuchten umgab ihn und warf Schatten an die Wände seines Zimmers. Kurz davor zu sein, die Kontrolle zu verlieren und ins Unbekannte zu taumeln, hatte etwas schmerzlich Schönes. Ich wollte mich fallen lassen und nie mehr auftauchen. Doch Damon hielt inne. Verwundert sah ich ihn an und strich ihm über den flachen, harten Bauch. Was ist? Du, du wirst es nicht glauben. Er drückte mir noch einen süßen, zärtlichen Kuss auf die Lippen. Aber ich will es richtig machen. Ich begann zu lächeln. Ich bezweifle, dass du etwas falsch machen könntest. Damon verzog das Gesicht zu einem süffisanten Grinsen. Das meinte ich nicht. Das würde ich perfekt machen, aber ich will, ich möchte, dass wir wie ein normales Paar sind. Alberne, vermalle, deite Tränen schossen mir in die Augen und ich versuchte, sie fortzublinzeln. Oh Gott, ich war kurz davor, wie ein Baby zu heulen. Er legte eine Hand an meine Wange und gab einen erstickten Laut von sich. Das Letzte, was ich jetzt will, ist aufzuhören. Aber ich möchte mit dir ausgehen. Auf ein Date oder so. Ich möchte nicht, dass das, was wir im Begriff sind zu tun, von allem anderen überschattet wird. Als würde es ihn große Anstrengung kosten, hiefte sich Damon von meinem Körper und drehte sich auf die Seite. Dann legte er einen Arm um meine Taille und zog mich wieder an sich. Seine Lippen streiften meine Schläfe. Okay. Ich legte den Kopf in den Nacken und blickte in seine flaschengrünen Augen. Es, es war mehr als okay. Ich brauchte mehrere Versuche, bis ich sprechen konnte, weil mir vor Rührung die Kehle brannte. Ich glaube, ich liebe dich. Damon zog mich fester an sich und küßte mich auf die erhitzte Wange. Hab ich doch gesagt. Das war nicht die Antwort, die ich erwartet hatte. Glucksend rollte er auf den Bauch, oder besser gesagt, auf mich. Meine Wette, ich habe sie gewonnen. Ich habe dir doch gesagt, dass du mir deine Liebe bis Neujahr gestehen würdest. Ich schlang meine Arme um seinen Hals und schüttelte den Kopf. Nein, du hast verloren. Damon runzelte die Stirn. Wie kommst du darauf? Guck mal auf die Uhr. Mit dem Kinn deutete ich in die entsprechende Richtung. Es ist nach Mitternacht. Heute ist der zweite Januar. Du hast verloren. Mehrere Momente starrte er die Uhr an, als wäre sie ein Arum, auf den er losgehen wollte. Doch dann suchte er meinen Blick und lächelte. Nein, ich habe nicht verloren. Ich habe trotzdem gewonnen. Am nächsten Morgen schlich ich mich kurz vor sechs beschwingt und glücklich zurück nach Hause. Ich musste duschen und mich für die Schule fertig machen. Ein Teil von mir hatte wegen meines breiten Lächelns ein schlechtes Gewissen. Durfte ich nach all dem, was geschehen war, unbeschwert weiterleben? Ich war mir nicht sicher. Es kam mir ungerecht vor. Außerdem musste ich dringend die sehen. Als ich in meinem Morgenmantel aus dem dampfenden Badezimmer wieder in mein Zimmer zurückkehrte, war ich nicht überrascht, Damon dort zu sehen. Frisch geduscht und umgezogen regelte er sich auf meinem Bett. Ich hatte ihn bereits gespürt. Ich trat zu ihm. Was tust du hier? Er klopfte neben sich auf die Decke und ich kroch zu ihm aufs Bett. In den nächsten Wochen sollten wir so viel wie möglich zusammenbleiben. Es würde mich nicht überraschen, wenn das VM auftauchen würde. Gemeinsam sind wir sicherer. Ist das der einzige Grund? Ein verschmitztes Lächeln umspielte seine Lippen, als er lässig am Gürtel meines Morgenmantels zog. Nein, nicht der einzige. Wahrscheinlich der klügste, aber definitiv nicht der dringendste. Innerhalb von Stunden hatten sich die Dinge zwischen uns vollkommen verändert. Nachdem wir uns gestern Nacht noch eine Weile unterhalten hatten und geküsst, waren wir Arm in Arm eingeschlafen. Seitdem herrschte zwischen uns eine Offenheit, eine Partnerschaft. Auch wenn er nach wie vor ein Klugscheißer war. Und, ja, das selbstzufriedene Grinsen nervte mich noch immer. Aber ich liebte ihn. Und dieser Idiot liebte mich auch. Damon setzte sich auf und zog mich auf seinen Schoß. Er küsste mich auf die Stirn. Woran denkst du gerade? Ich vergrub den Kopf in der Kuhle zwischen seiner Schulter und seinem Hals. An alles Mögliche. Glaubst du, dass es falsch ist, im Moment glücklich zu sein? Er zog mich fester an sich. Naja, in einer Rundmail würde ich es nicht unbedingt verkünden. Ich verdrehte die Augen. Ich bin auch nicht vollkommen glücklich. Ich glaube nicht, dass ich das alles schon verdaut habe. Arm war. Er sprach nicht weiter und ich sah, dass er schlucken musste. Ich mochte ihn, wisperte ich. Ich glaube nicht, dass die mir je verzeihen wird, aber ich würde sie trotzdem gern sehen. Ich muss für mich selbst sehen, dass sie soweit okay ist. Sie wird dir vergeben. Sie braucht nur Zeit. Seine Lippen berührten meine Schläfe und mein Herz schien eine Sekunde lang auszusetzen. Die hat gemerkt, dass du versucht hast, sie zu warnen. Sie hat mich angerufen, nachdem du sie weggeschickt hast und ich habe ihr und Adam geraten, sich da rauszuhalten. Aber sie haben ihren Wagen am Ende der Straße abgestellt und sind zurückgegangen. Sie hatten die Wahl. Und ich bin mir sicher, dass die sich wieder so entscheiden würde. Es schnürte mir die Kehle zu. Ich wüsste so viele Situationen, bei denen ich mich anders entscheiden würde. Ich weiß. Er legte zwei Finger unter mein Kinn und hob sanft meinen Kopf. Aber dies ist nicht der Zeitpunkt, um darüber nachzugrübeln. Es würde uns nichts nützen. Ich streckte mich, um ihn auf den Mund zu küssen. Ich würde die gern nach der Schule sehen. Was machst du in der Mittagspause? Außer Essen? Nichts. Gut. Wir schwänzen. Um zu die zu fahren? Er lächelte listig. Ja, aber zuerst habe ich noch etwas vor. Und dafür bleibt uns jetzt nicht annähernd genug Zeit. Ich hob die Brauen. Ach so, willst du vorher noch ein Restaurant und Kino-Date einschieben? Was du immer für unanständige Gedanken hast, Kätzchen. Ich habe mir gedacht, wir könnten vielleicht einen Spaziergang machen. Schade, murmelte ich und wollte aufstehen, aber er hielt mich zurück. Sag es. Was soll ich sagen? Sag, was du vorhin gesagt hast. Sofort wurde ich wieder nervös. Ich hatte viel gesagt, aber ich wusste genau, was er hören wollte. Ich liebe dich. Sein Blick trübte sich und dann küsste er mich, bis ich kurz davor war, jegliches Lass uns alles richtig machen, über Bord zu werfen. Mehr brauche ich nicht zu hören. Nur diese drei Worte? Immer nur diese drei Worte. Die Nachricht von Adams Tod hatte sich in der Schule noch nicht herumgesprochen, und ich erzählte nur Lisa und Carissa davon. Die offizielle Version lautete, dass er bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Die Polizei würde diese Version bestätigen, falls Fragen aufkamen. Meine Freundinnen reagierten wie erwartet, es gab viele Tränen, und ich war ein wenig überrascht, dass auch meine Augen noch einmal feucht wurden. Während der Mathe-Stunde stach mich Damon mit dem Stift in den Rücken, um mich an unsere Pläne für die Mittagspause zu erinnern, und später noch einmal, weil es ihm einfach Spaß machte. Den ganzen Morgen plagten mich die Schuldgefühle. Dazwischen gab es kurze Momente des Hochgefühls. Selbst wenn die mir vergeben würde, wusste ich, dass ich mit der Rolle, die ich in der Sache gehabt hatte, lernen musste zu leben. Doch ich wusste auch, dass ich nicht aufhören konnte zu leben. Als ich den Bioraum betrat, kreuzten sich Matthews und mein Blick. Seine Mundwinkel zuckten, bevor er das Lehrbuch öffnete. Lisa war nach den Neuigkeiten von Adam ungewohnt still. Nach der Hälfte der Stunde schaltete sich die Sprechanlage ein und die Stimme der Schulsekretärin verkündete, Mr. Garrison, Katie Swart soll bitte sofort zum Direktor kommen. Mit einem mehr als unguten Gefühl im Magen griff ich nach meinem Rucksack. Während ich Lisas Blick nur mit einem Schulterzucken kommentierte, sah ich Matthew auf dem Weg nach draußen fast panisch an. Auf dem Gang schickte ich Damon eine kurze Nachricht vom Handy meiner Mutter, das sie mir am Morgen geliehen hatte, um ihm Bescheid zu sagen, dass ich ins Büro des Direktors gerufen wurde. Ich rechnete nicht damit, dass er antworten würde. Ich war mir nicht einmal sicher, ob er sein Handy überhaupt dabei hatte. Die Sekretärin hatte ihr graues Haar im Brigitte Bardot-Stil gestylt und trug einen pinkfarbenen Pullover. Ich lehnte mich an den Tresen und wartete, bis sie aufblickte. Als sie es schließlich tat, blinzelte sie mich durch ihre Brillengläser an. Kann ich Ihnen helfen? Ich bin Katie. Ich sollte zum Direktor kommen? Oh, ja. Kommen Sie nur mit, sagte sie in einem teilnahmsvollen Ton, während sie sich erhob und zum Büro von Direktor Plummer trippelte. Hier entlang. Da ich nicht durch die Glasscheibe hindurchsehen konnte, als sie sich mit ihrem gesamten Gewicht gegen die Tür warf, um sie zu öffnen, hatte ich keine Ahnung, was mich erwartete. Insgeheim schloss ich jeden Job im Schulsystem für meine eigene Zukunft aus, wenn jemand in ihrem Alter noch nicht in Rente gehen konnte. Mr. Plummer saß an seinem Schreibtisch und lächelte die Person an, die ihm gegenüber saß. Ich folgte seinem Blick Morgen auf dem Weg zur Arbeit, ist sie scheinbar auf Glatteis geraten. Wie schlimm ist es? Meine Stimme bebte. Sofort sah ich Dad vor mir. Dad im Krankenhausbett, blass und schwach, die Wände, die den Geruch von Tod verströmten, und die Schwestern, die mit gedämpften Stimmen sprachen, und dann die Puppe im Sarg, die meinem Vater zwar ähnlich sah, aber nicht er sein konnte. In all diesen Erinnerungen sah ich nun stattdessen meine Mom. Das kann nicht sein. Will legte eine Hand auf meine Schulter und drehte mich behutsam um. Gemeinsam verließen wir das Büro, doch ich bekam es gar nicht richtig mit. Sie ist in der Notaufnahme. Das ist alles, was ich weiß. Du musst doch mehr wissen. Ich erkannte meine eigene Stimme nicht. Ist sie bei Bewusstsein? Spricht sie? Muss sie operiert werden? Er schüttelte nur den Kopf und öffnete die Eingangstür. Draußen hat es aufgehört zu schneien, und Schneepflüge räumten den Parkplatz. Die Luft war eiskalt, aber ich merkte es nicht. Ich war wie taub. Will führte mich zu einem hellbraunen Geländewagen, den ich noch nie gesehen hatte. Ein Yukon. Unbehagen machte sich in mir breit, und plötzlich durchfuhr mich ein schrecklicher Gedanke. Einen guten Meter vor der Beifahrertür blieb ich stehen. Hast du einen neuen Wagen? fragte ich. Stirnrunzelnd öffnete er die Autotür. Nein, diesen hier benutze ich immer nur im Winter. Bei Schnee ist er perfekt. Ich habe versucht, deine Mutter davon zu überzeugen, sich auch so etwas anzuschaffen, anstatt mit dieser verdammten Blechkiste herumzufahren. Ich nickte. Plötzlich kam ich mir paranoid und dumm vor. In dieser Gegend hatten viele Leute Winterfahrzeuge. Nach allem, was geschehen war, hatte ich vergessen, was ich über Will und seine Krankheit herausgefunden hatte. Ich stieg ein, schnallte mich an und drückte den Rucksack fest an meine Brust. In welchem Krankenhaus ist sie? fragte ich. In Winchester, antwortete er. Mir fiel Damon ein. Ich zog das Handy hervor und als ich feststellte, dass er noch nicht geantwortet hatte, schickte ich ihm eine zweite Nachricht, in der ich kurz berichtete, dass Mom einen Unfall gehabt hätte und ich ihn anrufen würde, wenn ich wüsste, wie es um sie stand. Bei dem Gedanken, sie zu verlieren, fiel mir das Atmen schwer. Will rieb die Hände gegeneinander, bevor er den Schlüssel im Zündschloss drehte. Das Radio stellte sich automatisch ein. Der Wetterbericht. Die Stimme des Mannes aus dem Lautsprecher klang heiter. Ich hasste ihn. Die Meteorologen hatten im Süden entstehende Nordostwinde beobachtet, die Anfang nächster Woche auf West Virginia treffen würden. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie er hinter sich auf die Rückbank griff. Ich starrte stur nach vorn und versuchte, so ruhig wie möglich zu bleiben. Sie wird schon wieder gesund werden. Sie muss wieder gesund werden. Alles wird gut. Meine Lippen zitterten. Warum standen wir noch immer auf dem verdammten Parkplatz? Katie? Ich sah ihn an. Was ist? Es tut mir wirklich leid, sagte er ausdruckslos. Sie wird doch gesund werden, oder? Widerstockte mir der Atem. Vielleicht hatte er mir das Schlimmste bislang verschwiegen. Vielleicht war sie... Mit ihr wird alles in Ordnung sein. Mir blieb keine Zeit, erleichtert zu sein oder in Frage zu stellen, was er gesagt hatte. Als er sich vorbeugte, erblickte ich eine lange, furchteinflößende Nadel. Ich warf mich im Sitz zurück, war aber nicht schnell genug. Will stieß sie mir bereits seitlich in den Hals. Ich spürte den Einstich und dann rauschte es kühl durch meine Adern. Ich nahm ein leichtes Brennen wahr. Ich schlug seine Hand fort, zumindest glaubte ich es zu tun. Jedenfalls hatte er die Nadel nicht mehr in der Hand und sah mich aufmerksam an. Mit zitternden Fingern tastete ich mir über den Hals. Mein Puls war nicht zu fühlen, auch wenn ich ihn in meinem Körper wild pochen spürte. Was? Was hast du getan? Er hatte die Hände wieder ans Lenkrad gelegt und fuhr, ohne mir zu antworten, vom Schulparkplatz. Ich fragte abermals nach. Zumindest glaubte ich, es getan zu haben, war mir aber wieder nicht sicher. Die Straße vor mir drehte sich wie ein schwarz-weißes Kaleidoskop. Meine Finger glitten über den Türöffner, aber ich konnte sie nicht dazu bringen, zuzugreifen, genauso wenig, wie ich die Augen offen halten konnte. Da ran die Quelle aufzurufen, war nicht zu denken. Ich kämpfte gegen die Dunkelheit, die sich von den Augenwinkeln ausgehend immer weiter nach innen ausbreitete und um jedes bisschen Kraft, das mir blieb. Ich wusste, wenn ich bewusstlos würde, wäre alles vorbei. Trotzdem konnte ich meinen Kopf nicht davon abhalten, als er zur Seite fiel. Mein letzter Gedanke war, Spitze gibt es überall. Als ich wieder zu mir kam, fühlte ich mich, als hätte sich ein Schlagzeuger in meinem Kopf eingenistet und mein Mund war staubtrocken. Erst ein einziges Mal war es mir beim Aufwachen so schlecht gegangen. Damals hatte ich bei einer Freundin übernachtet und wir hatten eine ganze Flasche billigen Wein ausgetrunken. Allerdings hatte ich damals geschwitzt wie verrückt, während mir jetzt eiskalt war. Ich hob den Kopf von der groben Decke, die ich auf meiner Wange spürte und öffnete mühsam die Augen. Ich sah alles bis zur Unkenntlichkeit verschwommen. Als ich die Hände flach auf den Boden legte und mich hochdrückte, wurde mir so schwindelig, dass es mich fast wieder umgeworfen hätte. Meine Arme und Füße waren nackt. Jemand hatte mir Pullover, Schuhe und Socken ausgezogen und mich in Top und Jeans zurückgelassen. Ich hatte Gänsehaut, was angesichts der arktischen Temperaturen an diesem Ort nicht verwunderlich war. Ich hatte keine Ahnung, wo ich mich befand. Es musste irgendwo drinnen sein, was mir das gleichmäßige Summen der Lichter und die entfernten Stimmen verrieten. Irgendwann konnte ich wieder Klara sehen, wünschte mir aber sofort, dass meine Sicht verschwommen geblieben wäre. Ich saß in einer Art Käfig, der an einen großen Hundezwinger erinnerte. Der Abstand zwischen den dicken, schwarzen Metallstäben war groß genug, um eine Hand hindurchzuschieben. Glaubte ich zumindest. Ich blickte auf und stellte fest, dass es unmöglich war, aufzustehen oder mich auch nur ausgestreckt hinzulegen, ohne an die Stäbe zu stoßen. An Ketten hingen von oben Fesseln herab, zwei waren an meinen gefühllosen, halb erfrorenen Fußknöcheln befestigt. Panik ergriff mich. Keuchend sah ich mich um. Ich war von Käfigen umgeben. Die Innenseite der Stäbe sowie die Oberfläche der Fesseln um meine Knöchel waren mit einer schwarz-roten Substanz beschichtet. Ich zwang mich, Ruhe zu bewahren, aber es war unmöglich. Ich rutschte auf den Po, setzte mich so weit auf wie möglich und versuchte, meine Knöchel zu befreien. Als ich das Metall berührte, schoss mir ein glühender Schmerz den Arm hinauf, direkt in meinen Kopf. Ich schrie auf und zuckte zurück. Der Schrecken saß so tief, dass er mich fast überwältigte. Ich griff nach den Stäben und der gleiche schneidende Schmerz durchfuhr mich und warf mich zurück. Ich begann zu schreien und griff mir an die Brust. Jetzt wusste ich, woher ich den Schmerz kannte. Genauso hatte es sich angefühlt, als der Raucher den Gegenstand an meine Wange gedrückt hatte. Ich versuchte, die Kraft in mir aufzurufen. Ich sollte in der Lage sein, diesen Käfig zu sprengen, ohne ihn auch nur zu berühren. Doch in mir war nichts. Ich war vollkommen leer, wie von der Quelle abgenabelt, hilflos, in der Falle. In dem Käfig neben meinem schien sich ein Stoffhaufen zu bewegen und aufzurichten. Doch es war kein Haufen, sondern eine Person, ein Mädchen. Mein Herz hämmerte gegen meine Rippen, als sie sich aufsetzte und sich ihr strähniges, blondes Haar aus dem blassen Gesicht strich. Dann drehte sie sich in meine Richtung. Sie war mehr oder weniger in meinem Alter. Vom Haaransatz bis zur linken Wange zog sich ein übel aussehender Bluterguss über ihr Gesicht. Wenn sie nicht so mager und verwahrlost gewesen wäre, hätte sie hübsch sein können. Seufzend senkte sie den Kopf. Ich war wirklich mal hübsch. Konnte sie Gedanken lesen? Ich, ja, ich habe deine Gedanken gelesen. Ihre Stimme klang heiser und belegt. Sie wandte den Blick ab und ließ ihn über die leeren Käfige wandern, bis er an der Flügeltür hängen blieb. Du gehörst wohl auch, Daedalus, wie ich. Kennst du irgendwelche Aliens? Sie lachte und legte ihr spitzes Kinn auf die hochgezogenen Knie. Du hast keine Ahnung, warum du hier bist. Daedalus? Was zum Teufel war das? Nein, ich weiß nicht einmal, wo ich bin. Sie begann leicht vor- und zurückzuschaukeln. Du bist in einem Lagerhaus, in einer Art Transportbehälter. Ich weiß nicht, in welchem Staat. Als sie mich hergebracht haben, war ich ziemlich neben der Spur. Ihre schmalen Finger wiesen auf den Bluterguss. Ich habe mich nicht angepasst. Ich schluckte. Du bist ein Mensch, oder? Wieder lachte sie verbittert auf. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Hat das VM mit dieser Sache zu tun? Fragte ich. Bloß weiterreden. Solange ich redete, würde ich wenigstens nicht komplett durchdrehen. Sie nickte. Ja und nein. Daedalus jedenfalls. Aber die gehören zum VM. Mit mir haben sie zumindest zu tun. Bei dir? Sie kniff die Augen zu schmalen Schlitzen zusammen. Sie waren dunkelbraun, fast schwarz. Ich konnte nur einzelne Gedankenfetzen aufschnappen, als sie dich reingebracht haben. Du bist aber wohl aus einem anderen Grund her. Wie beruhigend. Wie heißt du? Moe, krächzte sie und fasste sich an die trockenen Lippen. Alle nennen mich Moe. Jedenfalls war es früher so. Und du? Katie. Ich kroch näher zu ihr, achtete aber darauf, dass ich die Stäbe nicht berührte. In wie fern hast du dich nicht angepasst? Ich war nicht bereit, für sie zu arbeiten. Moe senkte den Kopf und verbarg ihr Gesicht hinter dem strähnigen Haar. Wahrscheinlich glauben sie nicht einmal, etwas Falsches zu tun. Für sie ist es eine einzige, riesige Grauzone. Sie hob das Kinn. Bis vorhin haben sie hier noch jemand anderen gefangen gehalten. Einen Jungen. Aber er ist nicht wie wir. Direkt nachdem du gekommen bist, haben sie ihn rausgebracht. Wie sah er aus? fragte ich und musste an Dorsen denken. Bevor sie antworten konnte, schlug außerhalb des großen, kalten Raums irgendwo eine Tür zu. Moe wich erschrocken zurück und schlang die dürren Arme wieder um ihre hochgezogenen Knie. Tu so, als würdest du schlafen, wenn sie kommen. Der, der dich hergebracht hat, ist nicht so schlimm wie der Rest. Aber man sollte sie lieber nicht provozieren. Ich dachte an den Raucher und seinen Kollegen. Mir drehte sich der Magen um. Wapsst, zischte sie. Sie kommen. Stell dich schlafend. Da ich nicht wusste, was ich sonst machen sollte, verkroch ich mich so weit nach hinten wie möglich. Dann legte ich mich mit dem Arm über dem Gesicht zusammengerollt nieder, sodass ich unbemerkt noch darunter hervorlinsen konnte. Die Tür wurde geöffnet und ich sah die in schwarzen Hosen gekleideten Beine zweier Männer. Schweigend kam sie auf unsere Käfige zu. Mein Herz raste, was meine Kopfschmerzen noch verschlimmerte. Vor Moe blieben sie stehen. Und? Wirst du dich heute benehmen? fragte einer der Männer. Seine Stimme klang amüsiert. Oder müssen wir es wieder auf die harte Tour machen? Was glaubst du? gab Moe zurück. Der Mann lachte und beugte sich hinab. Er hatte schwarze Handschellen in der Hand. Wir wollen doch die andere Seite deines Gesichts nicht auch noch so zurichten, Süße. Du zumindest nicht, meldete sich der andere grimmig zu Wort. Die Schlampe hätte mich fast darum gebracht, jemals Kinder zu zeugen. Fass mich noch mal an und es ist so weit, fauchte Moe. Er öffnete den Käfig und sie fiel sofort über die beiden her. Doch sie konnte es nicht mit ihnen aufnehmen. Sie schnappten sie an den Beinen und zerrten sie über den kalten Zement. Derjenige, der sie als Schlampe bezeichnet hatte, drehte sie brutal auf den Bauch, sodass sie mit dem Gesicht auf den Boden schlug. Er rammte ihr ein Knie in den Rücken und zog ihre Arme nach hinten. Sie stöhnte und als er ihre Arme dann auch noch verdrehte, schrie sie leise auf. Ich konnte nicht ruhig bleiben und einfach zusehen. Deshalb erhob ich mich, ohne auf die Übelkeit zu achten. Aufhören! Sie tun ihr weh! Der Typ mit dem Knie in ihrem Rücken blickte zu mir herüber und sah mich stirnrunzelnd an. Sieh mal einer an, Ramirez, die da ist wach. Und wir sollen sie in Ruhe lassen, mahnte Ramirez. Wir werden gut genug bezahlt, um so zu tun, als sei sie nie hier gewesen, Williams. Sieh zu, dass du ihr die Dinge anlegst und dann lass uns gehen. Williams kletterte von Mo hinunter und näherte sich meinem Käfig. Dann kniete er nieder, sodass er sich auf Augenhöhe mit mir befand. Er war nicht sehr alt, vielleicht Mitte 20. Der Blick seiner verdorbenen blauen Augen jagte mir mehr Angst ein als die Käfige. Was wollten sie mir anlegen? Ganz hübsch, die Kleine. Ich rutschte zurück und hätte gern die Arme über meinem dünnen Topf verschränkt. Warum bin ich hier? Meine Stimme war brüchig, aber ich hielt seinen Blick stand. Williams lachte und blickte über die Schulter. Hör dir die mal an, stell doch noch Fragen. Lass sie in Ruhe. Ramirez zerrte die stumme Mo auf die Füße. Ihr Kopf hing hinunter und war hinter dem Haar nicht zu sehen. Wir müssen die zum Hauptsitz bringen, komm schon. Eine kleine Gehirnwäsche könnte ihr aber nicht schaden. Nur so zum Spaß. Ich erschauderte angesichts der Vorstellung. Waren sie dazu in der Lage? Konnten sie mein Gedächtnis auslöschen? Meine Erinnerungen waren doch alles, was mir noch geblieben war. Mein Blick ging zwischen den beiden Männern hin und her. Ramirez fluchte leise. Mach es einfach, Williams. Als ich Williams langsam erhob, wich ich zurück. Halt! Halt! Warum bin ich hier? Williams öffnete die Tür des Käfigs mit einem kleinen Schlüssel und griff nach den Ketten. Er zog so fest daran, dass ich nach hinten fiel. Ich habe keine Ahnung, was er mit dir vorhat und ehrlich gesagt ist es mir auch ziemlich egal. Abermals riss er an den Ketten. Und jetzt sei ein braves Mädchen. Zum Beweis, wie sehr ich mich um seine Anweisungen scherte, trat ich nach ihm. Wenn ich nur irgendwie an ihm vorbeikäme. Mein Fuß traf ihn unter dem Kinn und sein Kopf wurde in den Nacken geschleudert. Williams revanchierte sich mit einem Schlag in meine Magengrube. Ich krümmte mich und rang um Atem, während er nach meinen Handgelenken griff. Dann hangelte er nach den Handschellen, die an der Kette hingen und zog sie bis zum Boden herunter. Nein! kreischte Mo. Nein! Die Furcht in ihrer Stimme steigerte meine Angst nur noch weiter und ich begann wieder mich zu wehren. Es war zwecklos. Williams schloss die Handschellen um meine Gelenke und ein höllischer Schmerz durchfuhr mich. Ich begann zu schreien und hörte nicht mehr auf. Ich hörte erst auf zu schreien, als ich nur noch heiser flüstern konnte. Meine Kehle war wie wundgescheuert und mehr als ein unkontrolliertes wimmerndes Stöhnen brachte ich nicht mehr hervor. Stunden waren vergangen, seit die Männer mit Mo gegangen waren. Stunden, in denen ich nichts als glühenden Schmerz empfunden hatte, der mir die Arme hinaufjagte und meinen Schädel fast zum Zerbersten brachte. Stunden, in denen ich das Gefühl hatte, meine geschundene Haut würde mir vom Körper gerissen, um an etwas zu gelangen, das darunter lag. Immer wieder verlor ich das Bewusstsein. Diese Momente des Nichts waren der reine Segen, eine kurze, allzu schnell endende Erholungspause. Sobald ich wieder zu mir kam, wurde ich von körperlichen Qualen beherrscht, die mich fast um den Verstand brachten. Viele Male überkam mich die Gewissheit, dass ich sterben würde. Irgendwo musste ein Ende in Sicht sein, doch immer wieder brandeten die Wellen des Schmerzes durch mich hindurch, drohten mich zu überwältigen und raubten mir den Atem. Mit meinen Schreien versiegten auch die Tränen. Ich versuchte, mich nicht zu bewegen oder zusammenzuzucken, wenn der Schmerz gipfelte. Das machte alles nur noch schlimmer. Kalt war mir nicht mehr. Vielleicht lag es daran, dass ich mich nur noch auf die von der Substanz an den Handschellen ausgelösten Schmerzen konzentrieren konnte. Doch trotz allem wollte ich nicht sterben. Ich wollte es durchstehen. Irgendwann öffnete sich die Tür. Ich war zu ausgelaugt, um den Kopf zu heben und starrte auf die horizontalen Stäbe über mir. Würden mir die Handschellen jetzt abgenommen werden? Wahrscheinlich nicht. Katie! Ich senkte den Blick und nahm das graumelierte Haar, das ebenmäßige Gesicht und das Lächeln wahr, mit dem er sich in mein Leben und ins Bett meiner Mom geschlichen hatte. Der Freund meiner Mom. Der erste Mann, dem sie seit dem Tod meines Vaters Beachtung geschenkt hatte. Ich glaubte, sie liebte ihn. Das machte alles nur noch schlimmer. Was es für mich bedeutete, war mir egal. Ich war von Anfang an skeptisch gewesen, ganz abgesehen von der generellen Abneigung dagegen, dass jemand den Platz meines Vaters eingenommen hatte. Aber Mom, sie würde am Boden zerstört sein. Wie geht es dir? fragte er, als wäre er wirklich besorgt. Soll ja sehr schmerzhaft sein, die Beschichtung, für Lux und für Leute wie dich. Es ist so ziemlich das Einzige, was sowohl die Lux als auch euch vollkommen außer Gefecht setzen kann. Onyx, vermischt mit einigen anderen Steinen wie Rubinen, ruft diese eigenartige Reaktion hervor. Es ist mit zwei Photonen zu vergleichen, die sich abstoßen und einen Weg nach draußen suchen. Genau das passiert mit deinen mutierten Zellen. Er lockerte seine Krawatte. Ich bin, was das VM einen Informanten nennt, aber das hast du sicher längst erkannt. Du hast Köpfchen, aber du fragst dich wahrscheinlich, weshalb ich über dich Bescheid wusste. An dem Abend, als du nach dem Überfall in die Notaufnahme gebracht wurdest, hast du dich viel zu schnell erholt. Und das VM hatte dich aufgrund deines Kontakts zu den Blacks ohnehin schon im Auge. Und als Arzt merkte er natürlich sofort, wenn jemand unnatürlich schnell wieder gesund wurde. Wie eine Seuche breitete sich der Ekel in mir aus. Ich brauchte mehrere Anläufe, bis ich mit brüchiger Stimme einen Satz herausbrachte. Du, du hast dich nur an meine Mom rangemacht, um mich im Auge zu haben. Als er mir zuzwinkerte, hätte ich fast gekotzt. Das ist widerwärtig. Naja, mit deiner Mutter zusammen zu sein, hatte viele Vorteile. Versteh mich nicht falsch. Ich mag sie. Sie ist eine tolle Frau, aber ich wollte ihm wehtun, sehr wehtun. Hast du ihnen auch von Dawson und Bethany erzählt? Er grinste und zeigte seine perfekten weißen Zähne. Das VM hatte auch sie bereits überwacht. Das tun sie jedes Mal, wenn ein Luchs einem Menschen nahe kommt, weil sie hoffen, dass der Luchs den Menschen mutieren wird. Als sie von der Wanderung zurückkamen, war ich gerade bei ihren Eltern. Meine Vermutungen haben sich bestätigt. Du, du warst krank. Etwas Dunkles blitzte in seinen Augen auf. Hm, scheinbar haben wir ein bisschen recherchiert. Als ich nicht darauf einging, grinste er mich überheblich an. Aber von nun an werde ich nie mehr krank sein. Ich blinzelte. Er hatte seine eigene Familie geopfert. Ich habe es eingefädelt und naja, was dann geschah, wissen wir ja beide. Er kniete sich nieder und neigte den Kopf. Aber du bist anders. Dein Fieber war höher. Du hast erstaunlich gut auf das Serum reagiert und bist stärker als Bethany. Serum? Ja, es heißt Daedalus, nach der Abteilung des VM, das mutierte Menschen überwacht. Sie arbeiten seit Jahren daran. An einer Mischung aus menschlicher und Alien-DNA. Als du krank wurdest, habe ich es dir gespritzt. Will lachte. Komm schon, du glaubst doch nicht etwa, dass du eine Mutation dieses Ausmaßes ohne Hilfe überstanden hättest. Oh mein Gott. Du musst wissen, nicht alle mutierten Menschen überleben die Veränderung. Oder die Spritze mit dem Serum, das entwickelt wurde, um ihre Fähigkeiten noch zu steigern. In dem Bereich forscht Daedalus. Sie wollen herausfinden, warum nur einige, wie du, Bethany und Blake, positiv auf die Mutation reagieren und andere nicht. Und du bist auf diesem Gebiet anscheinend ziemlich erstaunlich. Er hatte mir etwas gespritzt. Ich fühlte mich auf einer ganz neuen Ebene missbraucht. Wut kochte wieder in mir auf und überschattete den Schmerz. Warum krächzte ich.